Das ist der Mann, der ist jung und der spielfarrige E-lesen, lehrt er mal genau zu lesen. Wo? Wie? Living easy, living free, living in Berlin, ich bin ein Schwame und ich stehe hier und ich glaube ihr seid dabei. Das ist eine U-Bahn und wir sind hier und wir trinken mit euch ein paar Bier. Dann geht's weiter und wir sind da und das ist wunderbar. Das ist das Osterfest in Berlin, Osterfest, das ist das Osterfest in Berlin, Osterfest. Und wir sind da und daran und ich gehe mit meinem Hütchen rum. Schaut mich an, Tasche auf und dann mach ich auch den Applaus. Hast du was dabei? Das ist so schön. Der Applaus Die Applaus